ja ich bin krankenhaus krankenhaus kakaus und ich habe vorhin schon gemacht anne warum gestern ich habe bonnen gegessen warum bist du im krankenhaus ach so ich habe sahne finitis komme sofort muss mir spenden spenden shaken und ich bin hier am sterben und du willst dass ich ja ich spende wir haben die gleiche blutgruppe nein deine sahne sahne warte mal warum bist du an sahne verbunden ein video gestern hatte nur 500.000 klicks oh mein gott tut uns leid anne steh auf nur ihr könnt mich retten meine scheißsohn macht nix macht mich sahne bei insta fram wir heißen da emir b y r bin raus also leute ihr wollt wissen wie meine echte mutter aussieht deswegen hole ich sie jetzt anne so ihr habt mich gerufen ich bin natürlich die echte mutter wer soll sonst kommen olo wer bist du ich bin emirs echte mama sei ruhig ich bin fatma die sahne wer bin ich dann gehst du weg jetzt wieder jetzt wieder was würdest du machen wenn sie nutella an den lippen hat was machst du gar nix wer legt natala nutella wer ist natascha er sagt auf tik tok was er machen würde wenn man nutella auf den lippen hat mehmet was was würdest du tun wenn ich nutella auf den lippen habe haben wir feuchttücher sei bisschen sexy du hast ein selfie jetzt bitte nach draußen leise ich mach tik tok was würdest du tun wenn sie nutella auf die wer ist natascha ich würde stopp das reicht ich habe schon gepostet in deine instafram story wenn ihr wissen wollt was ich mit nutella auf die lippen mache kommt zu instafram emir b y r besuchen eine natascha mit nutella auf die lippen ich rufe meine eltern an ja wirst dich jetzt erschrecken aber du bist doch gar nicht hier ane ich bin im krankenhaus was machst du dort kaffee trinken ane warte ich komme ich bin da was ist los sieht sehr schlecht aus das ist immer noch mein son er kann nichts dafür gesundheitlich scheußlich ich mache mal brille drauf dann ist besser wieso habe ich sie angerufen warte mal es gibt gar keinen kaffee hey ruhig ich mache gerade tik tok video mehmet dieser mann nennt unsere sonne scheußlich käuflich wie viel zahlst du nein ich zahle nix nimmst du umsonst fatma gibst du tüte helfen sie mir nicht bitte alles gute hä du hast hunderttausend bei instafram oh mein gott sind beide sahne warum steht auf dem schild 500k achso das war mein schild für tik tok ich wollte ihn nicht nochmal neu machen danke mehmet was nserson ist berühmt braucht man dazu kein talent die party ist vorbei ich kenne viele leute die hässlich und berühmt sind doch nicht weil er hässlich ist danke hunde sind bei instafram immer berühmt so danke für die glückwünsche auf wiedersehen der geburtstag wuff 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 wenn ihr mehr von mir und meinem hund sehen wollt kommt zu instafram wir heißen da emil byr ich betäube meine sinne danke dass ihr gekommen seid fatma und fatma wir werden jetzt herausfinden wer von euch die wahre fatma ist wann bin ich geboren 25. april ha ok morgen morgen guten morgen aber es ist nachmittag so wir machen weiter wenn ich nicht emilan heißen würde wie würdet ihr mich nennen mehmet weil dein papa so heißt durchfall der name sollte immer das aussehen reflektieren wer macht die bessere insta werbung ich ich wenn du mashallah einfach die sahne sein willst kommt zu instafram emil byr ok er gibt sich sehr viel mühe bei seinen videos schaut vorbei emil xilon y emil byr ein bisschen emotional tut mir leid jetzt seid ihr gefragt kommentiert unter meinem letzten bild auf instafram wer euch überzeugt hat auf instafram zu kommen mal schauen wer gewinnt auf wiedersehen tschau ich beende das video auf wiedersehen tschau ich bin die schule abgebrochen super hä ja super merkt ihr schon mal ich will meine big mac ohne tomaten tschau ich betäube meine sinne zahnfee zahnfee kackfee ich brauche hilfe mehmet was ein zahn hat dein zahn verloren kackfee aua ist er draußen ja schon davor ich hab schon bewerbungsvideo aufgenommen ich hab da cutwalk gemacht catwalk ja geretteturnen das reimt sich nicht mal schau bewerbungsvideo vor einem dicken limousin das reicht rex kind wenn ihr mein cutwalk sehen wollt kommt zu instafram ge mir byr warte sagt das ist ein traum jetzt nicht mehr germany's next topmodel jetzt germany's next zahne kommentiert alle fatma die topmodel und markiert shidy klum zahnfee mit toibem meine sinne zahnfee zahnfee meinsinn